Hallo ihr Lieben, heute machen wir aus Gipsbinden diesen gruseligen Geist. Dabei werden wir super schnell und mit wenig Material eine coole Dekoration für Halloween basteln. Für den Geist benötigt ihr eine leere Flasche, einen Luftballon, zwei Holzstäbe, Gipsbinden, eine Schere, ein Cuttermesser und Klebeband und eine Schüssel mit kaltem Wasser. Schritt 1. Die PET-Flasche vorbereiten. Als erstes den oberen Teil der leeren Plastikflasche mit dem Cuttermesser abschneiden. Danach einen kleinen Schlitz schneiden, sodass der Holzstab durchpasst. Dasselbe macht ihr auch auf der gegenüberliegenden Seite. Die beiden Stäbe in die Flasche stecken und mit Klebeband gut fixieren. Schritt 2. Der Luftballon. Anschließend den Luftballon faustengroß aufpusten, verknoten und an der Plastikflasche befestigen. Schritt 3. Das Gipsen. Nun die Gipsbinde an das Grundgestell halten und Streifen in der richtigen Länge zuschneiden. Schritt 3. Dann die Streifen einzeln durch das Wasser ziehen und auf dem Grundgestell auflegen. Schritt 3. Dann die Streifen einzeln durch das Wasser ziehen und auf dem Grundgestell auflegen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis der komplette Geist bedeckt ist. Durch Längsfalten bekommt der Geist eine besonders schöne Struktur. Anschließend alles gut trocknen lassen. Sobald der Gips hart ist, den Luftballon platzen und das Grundgestell vorsichtig entfernen. Schritt 4. Das Dekorieren. In unserem Webshop findet ihr die Vorlage mit den Gruselgesichtern. Entscheidet euch für ein Gesicht, schneidet es aus und klebt es auf den Geist. Tipp! Für einen richtig coolen Effekt auch bei Dunkelheit, befestigt ihr einfach eine LED-Lichterkette mit Klebeband im Geist. Schritt 4. Das Dekorieren. Schritt 4. Das Dekorieren. Schritt 4. Das Dekorieren. Schritt 5. 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 Das Dekorieren.